Star Wars, hallo meine lieben Freunde, da mache ich ja doch so kleine Mini Clips, weil im Moment Amazon und wie die alle so heißen, die Anbieter, also die großen Anbieter, meiner einer ist ja ein kleiner Anbieter. Ja, ich kaufe also bei den großen ein, Chivo. Bei Chivo, das gute Stück hier, ein Hörbuch, ja, hinlegen, zuhören, macht manchmal auch Spaß, statt immer in die Glotze zu glotzen, geht so auf die Augen, das geht halt der Genuss auf die Ohren. Der Genuss auf die Ohren, durch Chivo, ne, alle sechs Episoden, also Episode 1 bis 6, ja, die dunkle Bedrohung, Angriff der Klonenkrieger, die Rache der Sis, eine neue Hoffnung, das Imperium schlägt zurück, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Genial, oder? Wollte ich euch mal so erzählen, ist ja Weihnachten 2018. So, und dann ist auch er hier gekommen, Sir Lucas, nein, ne, ah, Luke, Luke Skywalker, Monsieur Hamill, ne, also meiner einer kauft jetzt hier so Art Diaramen ein, ne, so Diaramen, ja, im Moment sind die Preise tief, da kann man halt einkaufen, die dann gemütlich hier hinstellen für die Sendung, die da halt geplant im Jahr 2019, hat man also genügend gute Deko-Einheiten und wenn man Lust hat, baut man irgendetwas für Weihnachten 2019. Ich muss mal schauen, ob ich wirklich den D-Augustini gemütlich über Weihnachten 2018 endlich mal zusammenbaue, mich da hinsetze, schrauben, kleben, malen, verändern, den Falken. Weil X-Wing, das dauert ja noch, wir sind jetzt bei 13 Tüten, 14 bis 18, da warten wir noch drauf, dass die auch vielleicht noch vor Weihnachten kommen oder nach Weihnachten. Bezahlt ist ja alles. Ja, wir warten halt, 13 Tüten haben wir, ausgepackt noch nicht. Beim Falken angefangen, da wurde ja auch schon mal in so einem Videoclip gezeigt, dass die Reuse sozusagen vorne das Cockpit schon fertig mit liegt und so weiter. Ich muss nur gucken, ob ich diese Figuren in diesem Maßstab, ich muss erstmal gucken, welchen Maßstab, ich sammle ja erstmal die Tüten. Also 90 Tüten habe ich, nee, stimmt ja gar nicht, 80 Tüten habe ich erst. Also 80 Tüten sind leider erst von den Falken hier, es fehlen leider noch 20 Tüten. Ja, aber die 20 Tüten kann man dann halt, ne, und so weiter. Also wie gesagt, hier, das ist ja nicht schlecht, ich brauche hier nicht, viele von euch haben den ja schon und er steht dort. Er macht aber irgendwie, sieht irgendwie schön aus, so finde ich. Also ich werde mich jetzt nur noch auf sowas stürzen hier, habe soeben die Ray bestellt. Ja, die Ray habe ich bestellt, passt, dann habe ich die anderen beiden, die habe ich ja schon in der anderen Sendung gezeigt, Luke damals in der Hoffnung, da am Kämpfen, in seinem Diarama. Und dann, boah, da ist Ray da in seinem Diarama. Na, und die stehen ja da, da oben stehen sie da. So, und die, er kommt dann auch gleich da wieder hin. Und, wie gesagt, kann ich jedem empfehlen, bei Aldi, nein, Chivo. Bei Chivo könnt ihr das bestellen oder, wenn ihr Glück habt, vor Ort auch kaufen. Wird sicherlich in dem neuen Jahr 20,90 billiger oder günstiger, wenn nicht, dann halt teurer. Aber im Moment ein stolzer Preis von 14,95, das geht ja. Da ich es mir halt geschickt habe, hm, 1995 mit Porto, bla bla. Okay, für 1995 geht aber auch. Hallo, grüße. Hallo. So, gerade frisch reingekommen, am 25. Dezember soll ein 30-sekündiger Teaser von Star Wars erscheinen. Ist so eben bei Daily Express in Amerika veröffentlicht worden. Wollen wir hoffen, dass es so ist. Das wäre super. Einige Stars hatten da gerade auch drüber gesprochen in Amerika. Also, am 25. Dezember 2018 soll dieser 30-sekündige Teaser Star Wars Episode 9 erscheinen. Somit wissen wir dann den Arbeitstitel. Dann heißt, dann hat er einen Namen. Ja, wie gesagt, vorhin habe ich ja die DVD reingehängt. Hier das Hörspiel 6 mal. 6 DVDs sind dabei, die ich mir da anhören kann. Können auch CDs sein. Je nachdem, wie lange die laufen. Ich weiß die Lauflänge gar nicht. Man hat mir jetzt gesagt, so um die 6 Stunden könnte ich mir dann, also 6 Stunden könnte ich mir das anhören. Es sind ja auch 6 CDs oder 6 DVDs. Müsste ich reinschauen, habe ich ja noch nicht geöffnet. So, wie gesagt, Chibu hat mir das kredenzt. Ich habe mir das als Weihnachtsgeschenk zugänglich gemacht. Ich finde es nun mal gut. Ich mag nun mal Star Wars. So, wie gesagt, die anderen Figuren, die stehen jetzt hier schon mal rum. Schauen wir mal. Wir müssen ja halt ein Jahr warten. Dann kommen auch wiederum neue Figuren. Die alten Figuren hängen ja da. Bei mir, wie gesagt, nicht gerade zum Verkauf. Hier rennen sie ja auch nicht ein. Die haben sich halt nur die super Sachen von Kenner geholt, die schon seit über 10, 20 Jahren alt waren. Und dann ist klar, als Schnapper haben die sich das geholt. Und wenn ich da reinschaue, den ATAT, den ich da für 55 Euro abgegeben, kostet jetzt mal eben 3.295. Nenn ich Schnapper, da ich ja nun mal kein Fan bin, sondern die Sachen verkaufe und einkaufe an sich. Ja, auch nur für die Sendung, habe ich euch ja auch schon mal erklärt. Hier ist der Gewinner Amazon. Ja, hier gewinnt Amazon, weil ich alles bei Amazon bestelle für die Sendung, damit es schneller geht. Der Postbote bringt mir das oder der Amazonbote bringt mir das. Ich hänge das dann da an die Wand oder präsentiere es euch bei der Sendung, so wie jetzt hier. Hau hier irgendwas Schönes in die Greenbox-Fläche ein und hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ja, wie gesagt, als Star Wars, ihr seid Cosplayer, ihr seid Sammler, ihr diskutiert, ihr seid analog unterwegs. Stefan Weinsbach ist ja auch, er ist auch am Lächeln, weil er seine Schuhe bekommen hat. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal so Live-Session, muss ich mal gucken. Weil live habe ich da nicht allzu viel zu erzählen, bin an sich ziemlich zurückgezogen. Wie gesagt, Hörbücher genießen, die Filme genießen und dann auch schön auf großer Leinwand. Ja, und dann auch zu Hause im Home-Kino, ist klar. Bei 7.1 Dolby Surround. Ja, wo alles so, ja, Weihnachten wird also ein ruhiges und wie gesagt ein aufregendes, wenn diese 30 Sekunden wirklich auf Weihnachtstag kommen sollte. Man hat ja rumgeungt, weil Disney sowas ja an sich gar nie so gemacht hat. Aber Disney hat vielleicht mal darüber nachgedacht, warum nicht? Warum sollte man unseren Fans, unseren Kunden, wir sind ja alles Kunden von Disney und Disney hat alles an sich nicht nötig, uns irgendetwas, weil weder ein Fanservice, den haben die auch nicht, Disney ist an sich ein reines Realprodukt, kommen, geben, amüsieren, sind sehr streng, finde ich auch gut, die da arbeiten mit ihrem Kostüm, die müssen darauf aufpassen, etc. Alle 30 Minuten müssen wir den Kopf da mal eben kurz Sauerstoff holen und wieder aufsetzen, ob nur als Mickey Mouse, Goofy oder andere gestalten. Man rechnet ja auch mit 200 Millionen direkt am ersten Tag, wenn der Resort eröffnet wird. Ich glaube, das wird ein riesen Tamtam nix, ja, im Jahr 2019. Wann der Resort geöffnet, hat man halt auch noch nicht gesagt. Nur die Convention in Chicago, die ist klar, die ist im April und Datum könnt ihr auch nachlesen. Also die Daten, die stehen, aber wann der Resort jetzt wirklich aufmacht, diese Daten habe ich leider noch nicht. Und den Arbeitstitel, wie gesagt, von Episode 9 haben wir alle noch nicht. Einige sind ja froh, dass Ruhe ist, meiner Meinung nach nicht. Sorry, ich liebe Star Wars, ich mag Star Wars, ich könnte mich da reinlegen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und wirklich in Star Wars baden, ja, richtig baden, gucken, machen, weil es so unheimlich viel Spaß macht. Also mir macht Star Wars Spaß. Kann sein, weil ich jetzt 30 Jahre für LucasArts da gearbeitet und die Spiele, etc., die Games und das alles als Promoter. Vielleicht deswegen. Aber jetzt habe ich ja die Zeit. Ich habe jetzt die Zeit, mich zurückzulehnen und mir dann Star Wars anzuhören oder Star Wars mir anzusehen. Es gibt ja Star Wars Gott sei Dank noch ein bisschen gemischt. Noch gibt es das gemischt. Und wie gesagt, heute in einem Jahr ist Disney Plus und durch Disney Plus haben wir ja dann alles zentralisiert. Ja, dann haben wir Pixar, Marvel, Disney, Star Wars und da war noch was. Discovery kann das sein. Irgendwann ist es noch ein Discovery Channel. Ich habe da vorhin nur kurz mal reingeguckt. Man kann die Startseite von Disney Plus sich ja unter LOL Disney ja anschauen. Unter LOL Disney ist ja alles für Kinder. Kann man sich dann aber auch Disney Plus schon anschauen. Da steht ja alles. So und ja, die arbeiten halt fieberhaft daran. Die wollen natürlich gut starten mit den Realserien. Die wollen uns richtig binden. Und als richtiger Star Wars Freak, ich bin also nicht jetzt fixiert darauf, Figuren haben zu müssen, Filme haben zu müssen. Ich bin nur darauf fixiert, es wenigstens zu erleben. Ich möchte einfach Star Wars erleben und darum möchte ich ja auch so eine Sendung machen. Ich freue mich, wenn Star Wars Begeisterte kommen, mit denen man wirklich fachsimpeln kann. Ja, und die auch den Mund aufmachen vor laufender Kamera und nicht schweigen. Und so tun, als wären sie Star Wars Fan. Ja, also ein Star Wars Fan, der nur einen einzigen Helm hat. Oder ein Star Wars Fan, der nur einen einzigen Flieger da hat. Ein X-Wing oder keine Ahnung, was er da gerade hat. Ey, das ist kein... Und überhaupt sich nicht... Ne, das ist nicht. Also, ich habe hier einige Kunden. Das macht so viel Spaß. Also, wenn wir hier loslegen, über Star Wars reden. Galaxy Adventure etc. Und so pp. Oder hier die Hörbücher. Das macht Spaß. Grüße, hallo. 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 Ich hatte vorhin davon gesprochen, D-Augustini und Falken und X-Wing. So, gerade gesprochen, schwuppdiwupp, bekomme ich hier wieder so ein Schichtelchen von D-Augustini. Weil ich habe ja das große Glück als Firma, ich bekomme das pro Woche. Also pro Woche. Dann ist hier 82, dann kommt 83, 84 und 85 D-Augustini. Ne, 85 ist da. Immer wieder, wenn man so da reinschaut, ähm, an die Bauteile, ist schon teuer genug. Ihr wisst, wie teuer. Das ist also 47,95. Kosten diese vier Typen. Ich lasse die immer hier in diesen Schachtel drin. Diesmal halt so eine dünne Schachtel von der netten Postbotin mir gerade so eben gebracht. Ja, also habe ich das, also ich bekomme die pro Woche. Also ist nicht mehr, also nächste oder übernächste Woche, sagen wir so, am Ende Dezember ist der Falke dann komplett hier und dann kann ich loslegen mit Arbeit und dann freue ich mich heute in einem Jahr, den dann euch zu präsentieren. Haut euch jetzt nicht vom Hocker, ich weiß. Aber ich stelle es dann halt aus und denke mir auch sicherlich da was aus. Und deswegen kaufe ich ja auch die anderen Diaromen ein. Also ich finde es super toll, sowas zu basteln im Hörspiel. Hörspiel und basteln, das macht Spaß, so im Halbdunkel. Oder halt nur an diesem Tisch, wo man arbeitet. Das macht irgendwie gute Laune. Das bringt wirklich gute Laune. Ihr merkt ja, sonst würde ich ja auch gar nicht solche Videoclips machen, wenn ich gar nicht so eine gute Laune hätte. Ja, ist halt so. Und heute war das Wetter, am 12.12.2018 war das Wetter ein bisschen gruselig. 2 Grad Sonne schien, ist richtig. Aber verdammt kühl, muss man ja mal gesagt haben. Ich finde es toll, also wie gesagt, ich werde das gleich wieder einschmeißen, bezahlen. Dann werde ich dann wohl nächsten Tage wieder die nächste Sendung bekommen. Weil die Augustini reagiert natürlich auch ziemlich schnell. Ich habe das mit denen so abgemacht. Dass ich das, wie gesagt, als Firma pro Woche bekomme. Und sollte ich mal vergessen haben einzuzahlen, ich kann ja nicht dauernd rumrennen hier, dann verzögert sich das. Das haben sie aber auch geschrieben. Sobald das Geld einkommt, zack, kriegst du das nächste, zack, das nächste, zack, das nächste. Ich möchte gar nicht wissen, was die daran verdient haben. Also diese 47,95 als Abo und 55,95 der X-Wing pro Woche, das zieht schon rein. Also es ist manchmal, ihr könnt ja selber ausrechnen, dass man um die 100 Euro da pro Woche ausgibt für die beiden guten Sachen. Von Falken und X-Wing. Also sobald der Falke erledigt, dann ist nur noch der X-Wing pro Woche. Ja, als Firma. Wie gesagt, als Firma. Wenn ich normal Otto-Verbraucher wäre, würde ich das natürlich auch nicht so schnell erhalten. Ist halt so. So, ich zahle aber wie gesagt dasselbe wie ihr auch und habe also keinen nennenswerten Gewinn daran. Deswegen möchte ich das auch nicht verkaufen. Ich muss manchmal schmunzeln beim X-Wing, wenn da sehr wenig Teile drin sind für 13,95. Ja, das haut schon rein. Zumal man das Diorama ja gar nicht bekommen hat. Also ganz große Trickkiste. Bis heute habe ich keinen Teil fürs Diorama bekommen. Ich nur so einen, wie alle anderen auch. Die haben dann eine Entschuldigung bekommen, dass die da irgendwelche Schwierigkeiten haben mit diesem Diaramen. Also es fehlen die gesamten Zubehörteile, wo der X-Wing getankt wird und so weiter gewartet wird. Sieht ja auch toll aus. Ja, und wenn man dann drumherum vielleicht noch LED-Lichter einarbeitet, vielleicht auch noch blinkt, dann wird es halt noch schön. Ihr merkt, man kann also eine Menge machen. Ich werde sicherlich auch eine große Plattform bauen fürs Schaufenster, wo dann der Falke dann nachher so aufsitzt. Vielleicht noch so eine leichte Dramaturgie da oben, diese Wolkenstadt von Han Solo. Nicht Han Solo, sondern Carician. Hando Carician. Ach, ich liebe die Wörter. Ach, ich liebe die Dramaturgie, wo die die ganzen Namen herhaben. Mandeloriana. Mandelor. Wahnsinn. Also ich freue mich schon auf Disney. Ich freue mich schon auf diesen Teaser zu Weihnachten, meine lieben Freunde. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich jetzt auf Samstag, auf Resistance. Haut einen wie vom Hocker. Ist klar, weil zu viel Wärme da reingepopft wird. Aber für die paar Minuten am Frühstückstisch käften, trinken, arbeiten. Wie gesagt, ich arbeite sieben Tage die Woche. Ich bin in Star Wars sieben Tage, 24 Stunden involviert. Ich gucke wirklich, der erste Satz ist, was bei Star Wars News nachgucken, übersetzen, überlegen, posten, nicht posten. Ja, dann überlegen, soll ich jetzt aufstehen. Das ist auch Arbeit. Es ist Arbeit, die Sachen hier auseinander zu priebeln, ja. Die Sachen auseinander zu priebeln und dann zusammenzusetzen, ja. Also Bau der Minelli in Falcon Model Space. Also ich freue mich schon drauf. Ich meine, das Metall, viel Metall, also der wird schon schwer. Also die, die den schon gebaut haben, die kommen ja auch klar damit, ist klar. Ob ich den, ob ich den anmale, ich weiß, ist ja an sich angemalt, an sich reicht es ja. Ich muss ihn ja nicht, ach, ich mal schauen, ob ich da irgendwie noch eine Witterung einarbeite oder so. Oder das Szenerie, die 12 Parsecs, kann man ja auch im Schaufenster bringen, muss man halt. Und etwas Stabiles nehmen, damit er halt schwebt und nicht auffällt, dass er hängt an irgendeinem Fäden oder so. Könnte man also die 12 Parsec auch, muss man überlegen. Also ich denke mir sicherlich, pass auf, muss man einen Rahmen bauen. In diesem Rahmen wird dann die Geschichte eingearbeitet. Das passt ja dann auch wieder vom Verhältnis her. Ich habe viele Figuren 1 zu 6, ja. Die sind dann riesig, so um die 30 Zentimeter und dann 1 zu 6 auf das Gegenstück, sagen wir mal ein Panzer oder so. Das ist ein Riesenteil, ja. Das ist ein halber Tisch, zum Beispiel ein Riesenpanzer da, wo so eine 1 zu 6 Figur dann davor steht. Natürlich mache ich das, um die Leute da draußen zu ärgern. Wenn da so ein M47 da oder ein anderer Panzer da steht, ein Tiger geht nicht, der ist zu teuer. 600.000, das sehe ich nicht an, wiegt auch 70 Kilo. 1 zu 6, ey, das ist mir doch ein bisschen heftig. Ne, ne, also es gibt kleinere Panzer, die man, also sie sind so groß wie ein Tisch, passend zu 1 zu 6 Figuren. Könnte man also da drauf parken, müsste ich gucken, die gibt es halt noch günstig, die werden auch immer günstiger. Irgendwann mache ich das und stelle mir das aus. Ich finde das toll, sollen sich doch aufregen, ist mir doch egal. Ich bin nochmal Deutscher und deutsche Historik. Historik kann man ja nehmen, warum soll ich immer die Fremden nehmen, ja. Die Fremden haben gewonnen, ist in Ordnung, gratuliere ich ja auch, dass ihr gewonnen habt, ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, ich bin 15 Jahre nach D-Day geboren und ich war schon 20 Jahre alt, wie ich den ersten Star Wars Film im Europakino mit 360 Grad Kino. Wann da, eins der größten Kinos, die wir hatten, nannte sich deswegen auch Europakino, gibt es da also auch nicht mehr. Eine riesen Leinwand, da haben wir Western gesehen, die waren richtig wahnsinnig, man musste immer so gucken. Ich meine, so richtig genießen konnte man ihn nicht, weil die Leinwand war zu groß und man musste immer gucken, so links, Mitte, rechts, weil das ja wirklich riesig war, war schon zu groß für die sogenannten Verhältnisse. Deswegen habe ich mich dann immer hinten hingesetzt, in die letzte Reihe, ja, weil dann hat man wenigstens jetzt alle sehen können. Ja, mittendrin, wegen dem Sound musste man, ne, wisst ihr ja, wer den Sound genießen will, muss mittendrin sitzen. Ja, dann kriegt das ja wirklich von allen Seiten, aber so halt ein bisschen akustisch etwas anders, aber man hatte das gesamte Bild und das war wichtig, das gesamte Bild war schon wichtig bei so einer riesigen Leinwand. Ich persönlich habe nur 21 Quadratmeter, das reicht mir, diese 21 Quadratmeter Dolby Surround 7.1 dabei, ja, hin und wieder besorge ich noch Akustikboxen, damit das noch ein bisschen mehr rappelt und scheppert und klärt. Ich finde das schon toll, wenn der Falke über mir da durchs Wohnzimmer rauscht, links und rechts die Leute sprechen oder mit dich sprechen oder von hinten kommt Akustik oder da knistert oder dort knistert, also macht mir schon Spaß. Ja, ich bin absolut Fan von Disney, bin Fan von Star Wars, mir gefällt das. Für mich ist es aber Unterhaltung, muss ich da beidragen. Hallöchen! So, heute war der 12.12.2018 und wir sind immer noch die Star Wars Freunde von A bis Z hier im Shop. Hier gab es, gibt es immer noch den Star Wars Stammtisch, die Star Wars Ecke, die Star Wars Show und die Star Wars Sendung und die Star Wars Clips. Ja, wir sind hier in dieser sogenannten Foto- und Filmproduktion. Wir stellen, wie gesagt, Filme her, Fotos, wir bearbeiten so eben auch. Wie gesagt, zeigen darf ich es nicht. Ich kann euch nur sagen, dass es auch so etwas ähnliches war für eine Party, gerade eine riesen Partygeschichte gemacht für Kunden. Hier ist auch so eine Art Party, die Star Wars Freunde Party. Natürlich passt es und klappt es leider nicht, dass wir uns einmal im Jahr treffen oder, wie gesagt, einmal zusammen ins Kino gehen würden. Würde mich natürlich auch freuen, wenn diese Star Wars Freunde A bis Z bei Star Wars Schrägstrich Facebook auch über 1000 kommen würde, also weit über 1200 käme oder was weiß ich. Wie bei den Verrückten zum Beispiel, aber die Verrückter haben, glaube ich, fast 30.000, aber aktiv sind da nur 200. Also ist schon eine tolle Geschichte. Ihr müsst auch mal gucken, wenn ihr in irgendwelchen Foren, Gruppen seid, wie viele überhaupt da aktiv sind. Wie viele jetzt hier aktiv sind, weiß ich gar nicht. Ein paar vielleicht. Ja, wie gesagt, den Weinsbach, Stefan, den begrüße ich auch total recht herzlich. Er macht sehr viele Self-Videos. Er macht sehr viele Eigenproduktionen, indem er halt einfach vor laufender Kamera live spricht, sich freut, dass er die Schuhe da bekommt, Schrägstrich Stiefel für seine Ersatzstiefel, wo er sagt, dass sie sogar besser sind wie die Hauptstiefel. Dann sollte er lieber die Stiefel nehmen und die anderen zu Ersatzstiefeln machen. Aber muss er ja entscheiden. Er ist ja nur mal ein 501er, ein stolzer 501er. Meiner eine ist einfach nur Star Wars. Ich bin weder verrückt oder sonst wie. Ich mag diese Geschichte, ich mag diese Filmaufarbeitung. Ich sehe es differenziert. Hollywood macht, was die da wollen. Also Disney, Hollywood, die anderen, die Comics und das alles geschrieben haben. Es gibt ja sogar Star Wars von Marvel. Der sieht ja auch alles ganz anders aus, wie das da so geschrieben wurde, das Ganze. Wenn wir Glück haben, irgendwann mal von DC oder so. Naja, komm mal ein Scherz. Wir wissen natürlich nicht, was hier jetzt ab 01.01.2019 auf uns zurollt. Wenn wir Glück haben, am 25.12. diesen Teaser. 30 Sekunden. Wir wissen dann, ich werde mir das dann sicherlich auch auf die Timeline holen, wenn es möglich ist. Und dann auch jedes Bild auseinander nehmen. Und das dann veröffentlichen, warum auch nicht. Ja, wie gesagt, 12.12.2018 war nicht allzu viel. Das ist das sogenannte zwölfte Türchen von mir aus, vom Adventskalender. Ich war also bummeln, habe also keinen Adventskalender von Star Wars entdecken können. Weil sonst kommen die ja bei Rewe oder wie die ja alle so heißen solche bekommen. Ich habe mich jetzt auch nicht schlau gemacht, ob Amazon da einen freigeschaltet hätte oder was. Weil meistens ist ja eh nichts Wertvolles drin. Und jetzt hier so ein Türchen aufmachen und euch dann einen vorkauen. Ist ja jetzt auch nicht gerade mein, also finde ich jetzt auch nicht gerade der Hit. Also lassen wir mal was. Ich freue mich halt, dass man einige Figuren gut günstig einkaufen kann. Wie gesagt, ich habe soeben freigeschaltet die Ray. Weil der Preis ist okay, ist 55% günstiger wie sonst. Warum nicht? Wir wissen, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, wie teuer eine Figur werden kann. Ich habe mich ja schon darüber ausgelassen. War eben ein gutes Stück für 49,95 Euro verkauft und plötzlich wollen die da 3.500 Euro für haben. Ich möchte nicht wissen, was meine elektronischen, ja genau, die elektronischen R2D-Zoo, den ich hier mal hatte, der kam im Einkauf. 349 Euro kostet heute so 3.500 Euro im Verkauf. Ja, der R2D-Zoo, dieser elektronische von Hasbro und dann auch dieser lustige, sehr lustige elektronische Yoda. Also der kostet jetzt auch ein Randvermögen, weil die Stückzahlen halt auch nicht so hoch waren. Die werden zwar zwischendurch nachgebaut, dann wird es günstiger, aber es gibt halt die erst Hasbro-Sachen, die dann irgendwann mal im Preis explodieren. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Hallöchen, heiße er ja wieder. Okay.